Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder bei Sklp. Willkommen zurück zum weiteren Booster Display Opening auf meinem Kanal. Hier haben wir heute wieder einen neuen Booster. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So kleine Zählstunde mit mir. Und mein Bruder Peter Kannekerwey ist auch wieder da mit dabei. Hi. Und er wird auch wieder vier Booster öffnen. Welche willst du? Dieses Mal ist es mir eigentlich ja gar nicht richtig egal. Okay, dann kriegst du hier oben die vier. Und das sind meine fünf. Zuerst mache ich zwei auf. Dann ist Peter dran. Und dann bin ich wieder dran. Mal schauen, was wir alles ziehen werden. Ein paar Zähne müssten ja hier noch drin sein. So, erstmal, das kommt an die Seite. Den Kartentrick. Und dann schauen wir mal. Wir haben hier, erstmal fokussieren, eine Feenenergie, Goldwatt, Schutz, Pinsir, Sankabu, ein Raupi, Panzer Aeron, Bubungus, ein Lampi. Unsere Reverse ist ein Velourzi. Und die Rare ist, uh, ein Holo X-Bard. Das heißt, wir haben schon mal ein Holo-Pull im ersten Booster. Das gefällt mir. Die brauche ich sogar noch. So, zweites Booster hier vorne mit Solga Leo vorne drauf. So, es kommt wieder alles hier an die Seite. Das ist mal hier ein bisschen. Und der Kartentrick. Und wir haben eine Dunkleheitsenergie, Farblosenergie, ein Gufa, Rockhaiman, Arakwa, Castella, Velourzi, Togedemaru, Alola Slimer. Uh, sehr schön. Unsere Reverse ist eine Doppelfarblosenergie. Und die Rare ist ein Gravel non-Holo Rare. Und jetzt ist Peter Kainakawai dran. Also, ich darf ja vier Booster öffnen. Und anfangen tun wir mit diesem Saga Leo Booster hier. Hoffentlich bekomme ich es dieses Mal besser auf als letztes Mal. Aber nein, es ist nicht der Fall. Aber hier. Denn die Code-Karte und den der Kartentrick, die vier, nach vorne. Wir haben eine Psycho-Energie, ein Terribug, ein Frobalia, ein Quapuzzi, ein Yorklet, ein Froberl, ein Froberl, ein Aquara, ein Gastella, ein Velosi, unsere Reverse ist Tali, und unsere Rare ist Kultuoso. Und dann kommen wir zum nächsten Booster, was ein Lunala drauf hat. Die Grisse sind, wie man sieht, schleppend. Und hier haben wir eine Feuerenergie, ein Silimantur, ein Hyperball, ein Pinsia, ein Fucano, ein Robball, ein Vingul, ein Geweier, ein Magunior, und unsere Reverse ist ein Zubat, und unsere Rare ist Enteron. Jetzt kommt Sevaro. Oh, da hat man da schon eben kurz Glitzern gesehen. Und wir haben eine Pflanzenenergie, ein Nestball, ein Anastro, ein Anastro, ein Anastro, Aranastro, 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 Professor Kokui, Togedemaru, Aloas Laima, Imantis, Cosmog, beziehungsweise Nebi, Kiesling, unsere Reverse ist ein Marikag, und unsere Rare ist Full Art Team Skyweeple. Die Karte wollte ich unbedingt haben, die ist mega geil. Das Haar, dieses Pink, und dann dieses Türkise sieht wirklich gut aus. Zeig das nochmal erstmal in die Karte. Und das ist so shiny. Sehr schön. Und dann das letzte Booster, was ich öffnen werde, mit den, ich weiß nicht wie das heißt, von Flamio, die letzte. Ich habe gerade an den englischen Namen gedacht, die Zerraptor, Zerraptor oder wie der heißt. Und dann die vier Karten, da vorne. Dann haben wir eine Kampfenergie, ein normales Team Skyweeple, ein Safkone, ein Granbull, ein Flamio, ein Ibitak, ein Paras, ein Yorclath, ein Froberrel, unsere Reverse ist ein Bispark, und unsere Rare ist ein Smetbo. Und das waren meine vier Booster, und jetzt kommen wieder Bicycle P. So, hier bin ich wieder. Und das war mein Bruder Peter, er hat auch einen YouTube-Kanal. Peter kann der Kawaii, der Link ist mal in der Beschreibung, wenn ich sie vergesse. Falls ihr auf Anime-Video steht, solltet ihr mal da vorbeischauen. Abonni hat mich. So. Dann, drei Booster habe ich ja noch. Der Team Skyweeple ist schon mal mega klasse. So, wir haben hier eine Psycho-Energie, Timerball, Pelipper, ein Hyperball, dann haben wir hier noch einmal ein Wommel, Dratini, ein Habitak, Anton, Evoli, unsere Wurst ist Regenbogen-Energie, sehr schön, die fehlen mir auch noch ein Wurst, und ein Bispark und Hodo-Wear. Jetzt werden wir jetzt noch einmal hier mit Silvaro und Fuegro, und zuerst kommt das Fuegro-Booster. So. Die Code-Karte kommen hier in der Seite, die vier kommen nach vorne, und wir haben hier einmal eine Star-Energie, ein Corazon, Doppel-Waarblose-Energie, ein Dragonier, zum Beispiel hier das Pepec, Alola-Mauzi, ein Ganovil, Krabbox, Traumato, unsere Wurst ist Gastella, so was fokussiert, und die Wur ist ein Holo-Kangama, zweite Hole in diesem Opening, und das letzte Booster, ich hoffe, dass wir hier noch etwas Schönes ziehen werden. So, mal schauen, in den Kartenträg, so, und in den letzten Booster, aus diesem Opening haben wir erstmal eine Pflanzen-Energie, eine Regenbogen-Energie, ein Akup, ein Rotum-Pokedex, die Mantis, ein Cosmog, also Nebi, Kiesling, Sankabu, ein Raupi, unsere Wurst ist Quartamark, auch die fehlt mir noch, und die Wur ist ein Fuego. Und ja, das war's von diesem dritten Opening, dritten Part des Opening, jetzt hoffe, es hat euch gefallen, ich kann euch den Namen kurz, unseren Puls zeigen, einmal Kangaman-Holo, X-Button-Holo, und das mega geile Team Skull-Rüpel in Full-Art, und ja, das war's vom Video, schaut auf jeden Fall mal bei den anderen Teilen vorbei, die sind auch mega gelungen, und ja, bis zum nächsten Mal, ja, weiß ich, das war's,